Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Tram ist mit dabei und der Schmittson auch. Hallo. Hallo. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind jetzt nach zwei, nein, nach anderthalb Stunden, Schlussminus. Ja. An rumgenerven, rumgeversuche. Tram, dein, dein, dein Schmerz immer noch. Achso. Wo hast du es, wo hast du es? Oben, liegt hier immer noch. Ja. Versucht rum, rum zu tüfteln. Wo hast du mich hängen? Wo hast du mich hängen? Ganz oben. Ganz oben, okay. Alles klar. Warte, ich seh grad. Achja. Weiß es ja. Oh fuck, ich seh grad. Ja, der Server ging eben nicht und bzw. ich konnte nicht beitreten und dann haben wir das jetzt über, Felix über dich läuft es jetzt, ne? Oder wie ist das jetzt? Felix hat jetzt mein Spielstand. Genau. Und dann hat es auch geklappt, seht ihr jetzt. Und ja, wir haben selbst auch lange nicht mehr gespielt und wir haben eigentlich keine große Ahnung mehr, was wir machen wollten. Ich weiß auch nicht. Ich glaub wir wollten ein bisschen weiterziehen, das hier als Hauptquartier machen und noch so ein kleines Nebenquartier aufkommen. Ja genau. Ach genau, und das waren ja die Punkte, die müssen neu verlegt werden. Oh, scheiße. Unser Hauser hat angegriffen. Äh, fuckl will ich nicht. Das ist doch ein riesen Ding. Ah, genau. Dann lock den mal weg. Und, ja. Ich wollte grad meine Punkte verlegen. Ach, das haben die geändert, oder? Ne, die sind bei mir noch alle. Hast du noch die Punkte? Ach ne, hier nicht mehr. Hier nicht mehr. Hier nicht mehr. Die anderen, die, äh, wie heißt sie? Die, Crafting-Punkte. Ja genau, die, die sind. Seit die wir gespielt haben, kam ein riesen Update und das sieht ja alles jetzt so aus wie. Ähm. Jetzt kann ich mal sagen, hallo, weil meine Aufnahme geht gerade nicht. Egal. Passt schon. Lololol. Trolololol. Trololololol. 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 Weiß gar nicht mehr, weil ich alles genommen hab, ey. Weiß nicht. Also, es war glaub so, du hast, äh, in Schwerter und, äh, weißt du so. Und der andere Zeug und ich geh halt in Rüstung und anderes. Hab ich, hab ich nicht auch was von, äh, Steinmetz gelernt? Was? Na gucke. Kann sein, ich weiß nicht. Ansonsten nimm einfach mal, was du Bock hast. Was bin ich denn für ne Stufe eigentlich? Wo steht die Stufe? Äh, weiß das jemand? Du bist eine Stufe abgeschrieben. Im Inventar. Im Inventar. Oben, oben, links. Oben, links, ja genau. Oben, links. Stufe 6, okay. Dann ist das nicht zurückgesetzt, ähm. Du bist in dem Fall Stufe 8, oder? Ich bin 9. Achso, ich bin auch 9, okay. Ja, ihr hattet euch ja schon ein bisschen gemacht. Und, ähm. So, äh, was machen wir noch heute? Äh, wir wollten hier noch testen, ne? Do you see? Jetzt ist es kaputt, hab ich, äh, entnommen. Ja, das geht dann heute auf Anhieb. Irgendwas geht man heute auf Anhieb. Ja. Ich male, ey. Sowas nervt halt echt. Äh, was mir gerade auffällt, ist das da hinten ein Grab? Und war das schon immer dort? Oder sieht das nur so aus für mich? Was denn? Da ist so ein Kreuz hinten. Hier, da die Ecke. Oh, ich brauch Essen, ich brauch Essen. Ich hab noch ein bisschen was. So, ich hab mal kurz was getrunken. Ähm, wo ist ein Grab? Da hinten, ne? Ist das so ein Kreuz oder sehe ich das nur falsch? Sieht aus wie ne, wie ne Pflanze, die nicht ganz, äh, angezeigt wird. Aber wir bräuchten auf jeden Fall was zum Essen, wenn wir irgendwo hingehen, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gar nicht so viel. Und, ähm, wir brauchen ne Absicherung. Äh, also hier ist... Ach, ja, oh nein, das hat ja... Da ist nur noch, äh, verdorben, das kann man hier rausmachen. Stimmt, das war ja, man konnte ja nicht, äh, immer weiter weglaufen. Das war ein bisschen nervig. Ich, heute bin ich Host, also, ich hab Spaß dran. Immer, gerne. So, komm. Warten, warten, warten. Stimmt, wir waren auch beim letzten Mal in dieser einen Höhle drin. So, ja. Was machen wir? Das passt auch. Also, äh, hast du... Hast du Fle... Äh, in dem Fall schon, ja. Ich hab, glaub ich, sonst... Fleisch hab ich... Fleisch mäßig hab ich gar nix mehr. Ja, ist ein, äh, in... Ich bin ein Feuertänzer. Hm. Ich verbrennen. Ähm. Ich muss... Ah, so. Nachmann. Wieder dieses alte Problem, wenn man die Waffen wechseln will, dass man scrollt. Achso, ja, ja. Mein Schwert ist schon... Hä, mein Schwert ist weg. Ja, jetzt hast du das selbe Problem, wie ich am Anfang. Aber mir vorher auch, ich hab keine Ahnung warum. Also, ja. Ähm. Ist natürlich jetzt, äh, immer noch im Early Access. Da kann man sich ein bisschen entschuldigen. Naja, gut. Ähm. Aber das ist ja, aber auch, äh, 50% online. Deswegen. Ja, aber nein, ich... Wenn die halt ein neues Update machen, kann es halt immer vorkommen. Die haben jetzt ja keine riesen Ressourcen, dass da wieder quasi ein neuer Bug drinsteckt. Ja, kann ja sein, dass die einen Bug fix haben, aber ein neuer reinkommen. Richtig, ja. Spacebar. Aha, okay. Wir hatten hier einen Schädel gefunden. Äh. Wahrscheinlich ist er immer gestorben oder so. Ein ewiger. Wann haben wir das erst mal gespielt? Zu lange. Äh. Wie viele Folgen hatten wir? Ja, vor über einem Monat. Elf hatten wir. 13. Ja, gut. Ich hatte vier Folgen. Ne, warte. Fünf. Vor anderthalb Monaten haben wir das letzte Mal. Äh. Gezockt. Ich brauch mehr Stein und ich brauch... Ähm. Was... Was machen wir denn jetzt? Bauen wir das Baumhaus weiter, oder? Weiß ich nicht. Wir haben ja auch die, ähm, den Plan gehabt oder den Vorschlag gehabt umzuziehen. Ja auch. Deswegen habe ich nämlich noch meine... Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem Klettern war. Ne, so lässt man sich fallen. Wie ist man... Ne, wie ist man nochmal runtergerutscht? Ach, das war Ausdauer, okay. Scheiß drauf. So. Haben wir eine Werkbank eines Handwerkers? Ähm. Ups. Äh. Attributes... Ne, Feeds. Äh. Eines... Handwerkers. Ist hier nicht drin. Ich glaub das ist neu, aber das kann ich selber noch gar nicht. Du bist irgendwie ziemlich leise gerade. Hallo. Ah, ich kann nicht weiterlaufen, ich kann nicht weiterlaufen. Okay. Dann bin ich das Problem. Oh wow. Oh Gott, das ist riesig. Mann. So. Jetzt ist mein Schwert schon wieder weg. Ach, das... Das ist ja nicht. Ist doch besser. Hat jemand Stein von euch? Ich hab, äh... Ich hab nicht viel. Meine Axt verschwindet gerade die ganze Zeit. Oh, ich werde angegriffen. Hilfe. Unser Feuer wird angegriffen. Ach man, ich scrolle immer für die Waffen zu wechseln. Ey. Au, mich nicht. Was soll das denn eh? Ähm. Bei dir so und so. Wir können einfach auch mal die... Da hinten ist ein Lagerfeuer, die Menschen da hinten angreifen. Aber das sind doch unsere Nachbarn. Du willst doch nicht unsere Nachbarn töten. Die wollen uns ja auch töten. Ja, da hast du recht. Die Frage ist, wer zuerst angreift. Hey, wieso wechselt der die Waffe auf eins, wenn ich gesprintet bin? Achso, der holt die Waffe... Weißt du, der tut die Waffe ja wegstecken. Und tut seine wiederholen. Das kannst du mit Dingen, wenn du X drückst. Das kannst du ganz weglegen. Oh mein... Ja, aber wenn ich dann aufhört zu sprinten, zieht der automatisch die Waffe von eins raus. Und wenn ich drei ausgerüstet habe, steckt den weg und holt eins. Hey, ich hab auch keine Ahnung. Bei mir dies, ne? Das ist immer... Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, du hast genau das Problem, was ich auch hatte immer. Das ist nervig. Ja. Pfeile. Pfeile. Möchte ich Pfeile? Ja, ich möchte einen machen. Ja, wie sieht's aus? Was machen wir? Ich glaube, die Nacht über machen wir nicht viel. Ne, einfach mal Ressourcen fahren und danach... Wir können ja mal wieder ins Land gehen und dort was bauen. Vielleicht. Oder? Ja. Sollen wir mal umziehen dann? So jetzt quasi Neustart. Neue Stufe. Ähm. Ja, also wir können ja hier ein Hauptquartier machen und so ein Nebenquartier eigentlich. Ja, genau. Dann kannst du ja schon mal Trump äh... Da ist ein paar Vorlagen schon mal machen. Weiß ich nicht so. Bauen wir mal fünfmal Boden und ein paar Wände und so weiter. Damit wir die schon haben. Ich hab ein bisschen Stein für dich. Ja, genau. Dann lass doch als erstes mal ganz viele Steine sammeln. Hier gibt's ja leider nicht so Spikes wie bei 7 days to die oder so. Hier liegt das. Und ich hoffe, dass das Mikrofon jetzt... Die ganze Zeit... Das tut, was es soll. Wenigstens dieser Part. Ja. Hey. Machst du. Ich versuche... Hier rauszufinden, wie man Pfeile benutzt. Okay. Du hast auf jeden Fall gerade einen Sprach-Chat aktiviert. Genau. Soll... Soll ich mal gucken, ob ich was finde. Wie gesagt, ich habe beides nur... Ich spiel zu viel Destiny. Ich will immer F1. Immer F1. Ich habe jetzt einfach mal Stärke hoch gemacht hier. Äh... Verbessertes Lagerfeuer. Soll ich das mal lernen? Ja. Oder... Oder kann das schon jemand? Ich kann es noch nicht. Kannst du das Tram? Kannst du das verbesserte Lagerfeuer? Oh, der ist abwesend. Ne doch nicht. Hallo. Kannst du das verbesserte Lagerfeuer? Ähm... Lagerfeuer... Aber... Ne, ich kann nur Lagerfeuer. Dann lande ich das verbesserte. Gelernt. Warte, was war das noch? Ich kann nur Lagerfeuer. Ähm... Oh... Ich bin hier falsch. Ne, bin ich nicht. Hä? Achso, das hat das umsortiert. Jetzt. Okay... Ich könnte quasi Kerzen erlernen. Aber die Frage ist, wie lange halten die? Beziehungsweise was brauchen die? Ja. So. Ich habe außerdem ein Dach gebaut. Weißt du das Ganze schon eigentlich? Ich sammle schon mal Stein. Wie? Findet sich einen Bogen? Cool. Er sagt mir keine Munition, aber wo... Hallo. Na, die Pfeile können ausgerüstet werden, indem du dir einen Minotar über den Boden... den Bogen bewegst. Ja so. Und dann? Oder muss das... Autsch. Top. Sorry. Achso. Oh. Diese großen Steine kann man einfach so mitnehmen. Ja. Los. So, so und so. Let's try. Okay, ich muss ins Wasser. Kann ich die auch mitnehmen? Ja. Es gibt ja auch ein Schneegebiet. Ich weiß nicht, ob das neu kam oder sowas oder ob es das schon gab. Ich kenne das ganz oben, das kenne ich, aber ob das zu groß war, das weiß ich auch. Äh... Kann man eine Testperson haben. Oh, Tatsache. Hä? War das von Anfang an dabei, das... Ganz... Autsch. Oh Gott. Weit nicht. Reisenschritt abgeschlossen. Ich hab... Ich hab einen Pfeil im Gesicht. Ah! Ich zieh ihn raus! Zieh ihn raus! Zieh ihn! Nein, jetzt hast du ihn abgebrochen! Ah! Okay. Ähm... Oh ja, ist weg. Schön. Jetzt hab ich wieder freie Sicht. Auf alles. Äh... Ich hab jetzt... 200 Steine. Für dich. Hier. Äh... Invertar. Oh. Okay. So brenn, denk ich. Das Feuer noch. Achso. Äh... Ist ja noch was drin. Da kocht das schön, ne? Alter, wie rennt raus. Meine Tuse. Hm. Mein... Mein Mikrofon rauscht nicht, ne? Keine. Nee, nee, nee. Ich... Ich war jetzt grad echt erschrocken. Wenn ich jetzt so ein bisschen rede und dann... Nein, bei mir... Nein, bei mir ist das nicht auch das Problem. Nein, nein. Nicht bei dir. Ich dachte jetzt rauscht meins wieder und du hörst das. Achso. Nein, nein. Weil ich seh nämlich auf meiner Aufnahme... Irgendrauschen ist der. Aber das wahrscheinlich irgendwie nicht. Normalerweise. Wann ich nicht. Ähm... Ähm... Sollen wir los gehen? Haben wir alles? Ja. Wir haben alles. Was wir brauchen. Habe ich genug Essen? Ja, das geht schon. Ich würde sagen, wir gehen doch einfach direkt hier geradeaus drüber, wo die Krokodile wohnen, oder? Oh, ich bin... Oh, ich bin... Ich muss noch ein bisschen was ab... Oh, ich bin 100% ausgelastet. What the fuck. Oh, ja. Das ist nicht super. Was habe ich denn alles noch in meinem Inventar? Machst du meinen Zug auch ein bisschen weg? Ja, ich auch. Ich hab halt auch Kristall-Wiebock drin, ne? Also halt... Achso, ja. Die musste... Soll ich dir helfen, alte Frau? Hat da jemand Gold gefunden? Ne, Schwefel. Und ne Sprengdüse. Äh... Holz kann ich brauchen. Eisenstein brauche ich erstmal nicht. Oh, schnell! Wir sollten hier weg! Die Bullen kommen! Die B zu Hanuman. Die Bullen? Was ist denn das denn? Ein Stein weg, ja. Sahnen. Ich geh mal in die Truhe rein. Oh. Lalalala. Ach, wegen meinem Stein. Okay, gut. Ja. Ahja, guck mal hier. Werkbank. Habe ich gebaut. Du kannst da... Dein Wieg hat grad, ne? Rinde... Brauchen wir Rinde? Ich hab ein bisschen... Eine Rinde. Toll. Ich weiß noch, wie man Rinde bekommt. Das ist... Mit der Spitzhacke einfach in die Bäume rein. Okay, also Rinde... Ich mach mal Rinde raus. Ja, sollen wir direkt schon mal losziehen? Und dann können wir ja hinten die Rinde holen. Bevor es wieder dunkel wird. Dann können wir... Haben wir da schon mal... Die Frage ist, was bringt Rinde? Äh, dann kannst du verschiedene Sachen herstellen. Ja, glaub ich hab keine. Warte, komm ich zieh Trim mit. Zip. So, jetzt geht's ein bisschen besser. Ja, ich hab noch ein bisschen Stein mit. Und wir können wir dann auf dem Weg bauen. Ja, ich kann nicht mehr... Mehr nehmen. Ja, ja. Äh, wo gehen wir eigentlich hin? Äh, ins Landesinnere. Ich würde aber sagen, wir suchen eine Stelle, wo kein einziger Gegner ist, weil die spawnen ja immer wieder neu. Also hier auf jeden Fall schon mal nicht. Ne, ne, wir gehen einfach... Wir versuchen so weit wie möglich zu kommen. Äh, wir haben nämlich... Wir können mal uns rechts halten, weil... Erstens, rechts waren wir noch nicht. Und zweitens, da ist ein Fluss. Hier können wir mal hinterherlaufen und gucken. Mh... Mh... Wo drüben. Stimmt, gut, ich... Äh, wobei, aber... Aber links... Links haben wir die Hauptsachen, ne? Rechts ist eigentlich nur Wüste wahrscheinlich, oder? Oder was ist das? Ne, wobei, da sind auch Sachen. Trim, lau... Einfach über den Fluss. Lauf, geh einfach über den Fluss. Ach, da seid ihr. Ähm... Wo bist du denn? Ich komme. Ne, ich meine dich, äh... Wo, wo, äh... Ja, ich hab ne Raupe bekommen. Fette Raupe. Äh, ich weiß ich nicht, wo du hingelaufen bist. Ich bin hier auf der Insel. Wo bist du? Ich höre nicht, da bist du. Wo? Ah. Wie gesagt, wir sind hier schon rechts rumlaufen. Wasser war, glaub ich, ganz gut. Äh, wenn wir das hätten. Ja. Auf jeden Fall. Dann gehen wir einfach mal schwimmen. Schön in der Lagune hier, bei nem heißen Wetter. Nam nam nam. Rutzelt schon fast. Das ist komisch, ich kann irgendwie nicht so gut an der... Oberfläche schwimmen. Ja. Ja. Kann nur springen. Hm. Ey, ich kann die Fackeln anmachen. Was ist denn da? Das war einfach nur irgendwelche Pflanzen, okay. Ja, das sind Korallen. Hm, ja. Ich hab keine... Keine... Rezepte dafür. Ne, die kannst du nicht aufnehmen. Achso, dann war was was anderes. Am besten wär's ja sogar, wenn wir irgendwo auf nem kleinen, äh, Abschnitt klettern. Aber zu weit sollten wir auch nicht reinkommen, äh, laufen. Da kommen so Wölfe oder sowas, die sind richtig stark. Ja, ich... 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 Ich würd schon... Ja, nicht zu... Was ist denn da links? Im Öhle? Dann sieht's so aus. das ist ein geist was zum ach das ist ein erinnerungsding was wir da unten hatten ich würde vielleicht an den kleinen fluss der ein bisschen nördlicher ist hier unten ist aber schwefel galamann doch galamanns grab vielleicht sagen dass wir dahin gehen hier unten ist gemütlich welche sind keine gegner im norden einfach höher gehen der kleine dann will ich auf jeden fall nein jetzt ist meine spitzhacke verschwunden da geht der relativ lang eigentlich warte mal kurz ich mache mal kurz eine spitzhacke ich gehe in der luft nach oben also in die hülle wird ich auf jeden fall in der nahen zukunft mal gehen das sowieso ja aber erstmal ein schönes plätzchen zum ja hier rechts so hier rechts oben oder sowas dahinter das wasser da muss man über den berg und dann rechts rum oder geradeaus kommt daran welchen wir nehmen das eine spinne ist eine spinne ok die habe ich noch nie gesehen noch eine sehr beruhigende größe auf mich auch wie viel leben verlierst du man mal jemand hallo man brauchen wir hier noch eine ich bin gestorben aber trotzdem jetzt bin ich ich hab doch noch leben trefft euch nicht von dem gift das gift ist stark ja das haben wir gerade festgestellt ach scheiße jetzt sind wir alle teleportiert echt ja gut das ist aber auch schon wurde es getötet durch dich selbst alles klar aber wir sind jetzt gerade auch schon am Ende einer folge bei diesem tod fuck oh ja zache ja ich muss mein Zeug wieder zurück warte ich hab ein bisschen was von dir noch nein nicht boxen nicht boxen ach nein ich kann es nicht mehr nehmen schade ich sehe es noch aber ich kann es nicht mehr nehmen ach so du bist noch drüben nein ich sehe noch also ich habe deine sachen habe ich noch geöffnet ach so ach so ach so ähm ja gut dann wissen wir aber schon mal was auf uns zukommt mit diesen spinnen war das schon die folge jetzt oder? ja das war schon die folge ja das war schon die folge okay vorbereitung und tot schön super wissen wir schon mal was wir machen immerhin wir wissen was wir sterben und beim nächsten mal äh gucken wir dann mal ne ja ähm ja wir würden uns freuen wenn ihr dann halt beim nächsten mal wieder mit dabei seid und wir hoffen natürlich dass euch die folge gefallen hat so irgendwie ja sehr informativ und hoffentlich kommt es jetzt auch wieder mal regel äh was äh ja wir sind jetzt ja auf jeden fall beim nächsten mal äh nehmen wir mal ein bisschen mehr auf ja heute war ein bisschen ausnahmezustand ja ist echt so aber ich glaub ich bin ein guter dinge dass das jetzt funktioniert mit dem schmied aber wir haben jetzt wir haben jetzt auch ne äh alternativen eine alternative lösung wie wir das äh und problemen beheben können und und ja auf jeden fall ja dann ja dann ja dann würde ich sagen tschüss von hier oben äh von wo ok hey wo bist du hey trap hey wo wer oben wo 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 ok steh mal hier na gut dann würde ich sagen äh bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss